Was geht Leute, hier ist euer MarioZockerM11 mit Let's Play Super Mario 3, den 13. Part und Level 7, 4. Oh Gott, ich hab das schon früher gehabt, so ein Level. Sollte mag ich wirklich nicht ohne Scheiß. Ich mag solche Levels nicht, weil sie einfach nur dumm. Ich mag solche Levels nicht, weil sie nicht dumm sind. Und sie sind ein bisschen schwer auch. Also, die ist wirklich nicht schwer. Aber andere Stellmedaillen sind nicht schwer. Nein! Oh! Oh! Dann, 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 dann! Bäm! 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 Okay, wo war... Ich hab doch gerade eine Stellmedaillen gesehen. Bäm! 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 Ist klar, da ist eine. Da ist eigentlich gerade eine. Hä? Ich dachte, ich hätte eine gesehen. Gut, dann bin ich froh. Bäm! 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 Oh mein Gott! Es wäre es leise, dass ich nicht mag. Und er wird tot! Oh, ein Pilzchen! Ich bin... Ich... Was ist denn da unten? Aha! Komm, steig doch mal! Komm! Danke! Aha, da war doch... Okay, das war jetzt auch eh süß. Jetzt müssen wir die Hälfte kriegen. Oh mein Gott! Schweres Level! Es geht so! What the hell? Oh Gott! Jetzt haben wir nicht mal mehr! Dann okay! Aber Feuer! Es bringt uns schon ein Feuerblumen! Oh mein Gott! Danke Bonbon für das Sterben! Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier hin! So geht doch! So! Wir müssen nur ein bisschen warten! Wir müssen uns einfach gedulden Leute! Oh mein Gott! Bonbon an Bord! Hilfe! Wow! Toll! Also ich habe früher... Ich bin jetzt in der wie oft gefailt! Jetzt habe ich gerade noch ein Fail gehabt! Oh mein Gott! Ich glaube die Fahne müssen wir noch mal kriegen! NICHT MEHR! Pam! 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 Okay! Das ist gut! Oh Gott! 13! Wir sind schon so weit! Ich glaube das läuft wirklich weit sehr gut! 3.30! Okay! Wir machen heute mit Level 5 und wel 7.5! Boah! Gott, wir können auch fokussieren! Ah danke! So! Und dann kommen wir schon zur Luftgallerie! Okay! Ist auch okay! Was ist das nicht über Blubberblase? Doch! Das war's! Glaube ich! Ich wusste, dass es mit Kett bezogen ist! Oh mein Gott! Boah! Hier nicht eins! Oh Gott! Nur wegen ein paar Münzen! Wow! Alter! Danke Tanuki! Boah! Ich dachte schon jetzt wäre ich... Arsch! Oh Gott! Das war auch bereit! 2 Stellenmedaillen! Der... Helft bin ich halbzeit! Man! Woah! Mann! Münzen! Da ist viel weg! Danke! Für euren netten Applaus! Für euren netten Applaus! Oh mein Gott! Jetzt wird's schwerer! Nein! Oh mein Gott! Hilfe! Das war der... War auch nicht der Richtige, sondern der hier war der Richtige! So! Ja! Ja! 128 Leben, Leute! Ty! Ty! Das war der... Ja! Ja! Wir machen nun das Luftschiff! Ja! Dann kommen wir in die letzte Welt! Das ist wirklich nice! Das Luftschiff, das ist schon... Das war schlecht, ey! Andenken! Aber wir versuchen uns gleich mit dem Tanuki! Einmal einzig Tanuki! Wir fangen an mit Welt 7 Luftgeleere! Ja! Wir... Warten mal! Nun... Fast in die letzte Welt! Wenn wir das schaffen, sind wir in der letzten Welt! Das ist nice, Leute! Und daran habe ich schlechte Erinnerungen an das Level! Okay, das war noch okay! Okay, das war ja mal easy! Was war denn das? Wow! Scrolling? Das ist auch negativ bei mir! Ich glaube, viele Leute hassen Scrolling-Levels! Und ich gebe dir noch vollkommen recht! So, hier kommen jetzt Kamabs und der soll aufschlagen! So, hier kommt jetzt, glaube ich, Kamabs vielleicht! Oh mein Gott! Okay... Was kam ich? Wir haben auch... ... den Notfall auch noch... Das ist echt... Danke! Danke, Boneran! Danke, Boneran! Du hilfst mir! Boah, Leute! Wir haben's fast geschafft! Boah, Leute! Aber jetzt kommt doch der letzte Teil! Ja! Das war einfach! So, Leute! Der letzte Teil ist da! Ja! Oh Gott! Was ist nicht der Doppelkampf? Das war ein Doppelkampf! Oh Gott! Ich kann dich erinnern! Oh Gott! Doppelkampf! Oh Gott! Doppelkampf! Oh Gott! Doppelkampf! Schon schwer! Ja! Was ist die denn? Oh Gott! Das war so! Hig! Oh Gott, Leute, das war das letzte, die letzte Galerie im gesamten Spiel. Das freut mich ja, aber nicht im gesamten Spiel. Vielleicht gibt es hier noch eine Extra-Welt und nicht. Noch eine Extra-Welt. Oh mein Gott. Ich nehme das Dibon und Tanuki raus. Ja, Leute, das ist halt 7 zu 100% abgeschlossen. Wir haben zu, ja, Welt 7 müsste auch gleich oben sein. Wir machen aber auch nochmal einen Check, bevor wir in die letzte Welt gehen. Ja, Leute, wir wandern nun an die allerletzte Welt vom Spiel Welt 8. So, Leute, wir gehen nochmal einen Check durchführen. Also, um, 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 um. Okay. 6. Um, 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 um. Oh, wir sind ja zuletzt in der Rest der Buchs gescheitert. Stimmt ja. Ja, rein da. So, okay, dann machen wir den Check durchführen, aber alles oben bis jetzt. Oben, oben, oben. So, wir machen den Check in Welt 5. Oben, 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 oben. Oben, 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 oben. Oh, Rettelbox. Versuchen wir es mal. Du, du haben wieder die Sternmedaille schon. Nee. Nein, Mann. So, nochmal. Ja, gut. Noch eine Sternmedaille. Wie viele haben wir gerade momentan? 130, so. Okay, oben. Welt 3. Alles oben, hoffentlich. Oben, 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 oben. Oben, 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 oben. Oben, oben, oben. Oh, Rettelbox. Haben wir die schon gemacht? Ja, ich glaube schon. Müssen wir gemacht haben. Ja, haben wir. So. So. Okay. Bum, 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 bum. So, dann oben, oben. So, und wenn wir dann wissen, wer das oben haben. Oben, 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 Rettelbox. Haben wir schon gemacht. Wahrscheinlich oben und oben. Leute, ich bin jetzt schon fies. Das ist schon fies. Ja, Leute. Ich werde jetzt wirklich ein bisschen fies gegen euch sein, Leute. Und ja, diesen Part beenden. Oh. Ich bin schon fies, Leute. Ja. Ich bin fies wie Bowser. Weil wir jetzt genau vor der letzten Welt diesen Part beenden. Ja, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal von Let's Play Super Mario 3D. Bis dahin sage ich nur tschau, Leute.